Ich bin schneller, bei dem Instrument Eintracht und der Heinz hat sich nie sagen, dass man es ein bisschen kürzer macht, damit es nicht so schnell wird, aber der Bert hat das jetzt intuitiv richtig gemacht. Intuitiv. So, das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Eines fällt auf. Eins, zwei, zwei. Kannst du jetzt schon mal ausprobieren? Ich hab noch nicht ausgetrunken. Ich hab noch einen Trick, ich hab noch nicht. Ich hab noch einen Trick, ich hab noch zuerst. Ich hab noch ein bisschen länger. Was machen wir da? Ich hab mich schwer und so. Du musst es zubauen. Zubauen wir mal so schön. Oh, da hau. Oh. Ja. Ja, ich hab schon ein Rieger, dass die Frau gehabt hat, die man letztes betrachten kann. Ich hab den Text nicht da. Ich hab den Text nicht da, weil ich hab nie die Werbung da. Das ist gut. Welcher Text brauchst du noch? Na ja, das ist Kneo. 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 Das wäre alles Milzinger. Aber die haben sich das nicht gemerkt. Die lästige Ewo. Die möchten Kneo sein. Das haben sich in der Freiaufzeit gemerkt. Aber die kliefenden Zeilen dazwischen, die sind nämlich die Seefahrer-Strophen. Er ist eher ein Lehrer. Immer muss er alles überprüfen. Vor allem. Dass du nicht mit der Petzlar ausdachst. Ich hab den Text nicht gehört. Aber es wird zum Anderen. Wer hat so einen einen Texte gemacht? Ja. Dann sing. Nein, nein, du singst du, du fangst aus. Ehh? Für die Konzeller wird es wieder herausgekommen, aber die Kälte ist nicht. Das ist jetzt ein Text. Da bin ich ein Text. Das ist jetzt ein Text. Jetzt bin ich so viel Jahr matrotz. Ich möcht' ein Knädel sein. Besser als für Arbeitsloch. Ich möcht' ein Knädel sein. Das Zeit, was ich privat besitze. Ich möcht' ein Knädel sein. Das spazert mir kein Mathe-Schitz. Ich möcht' ein Knädel sein. 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 Jetzt bin ich so viel Jahr matrotz. Ich möcht' ein Knädel sein. Den Kippen so kurz vor mir los. Ich möcht' ein Knädel sein. Der Kippen ist ein strammer Mann. Ich möcht' ein Knädel sein. Ich möcht' ein Knädel sein. Der Kippen ruft, ich muss aufs Boot. Ich möcht' ein Knädel sein. Weil unser Reins will Wurst aufs Boot. Ich möcht' ein Knädel sein. Da war ich mit dem Bild geht's bereit. Ich möcht' ein Knädel sein. 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 Das ist nicht die erste Wort, ich möcht auch Gneros sein. Das erste Wort, ich möcht auch Gneros sein. Der Käpt'n hat die Panik gekriegt, ich möcht auch Gneros sein. Der Ur kann er allein g'ziehen. Ich möcht auch Gneros sein, ich möcht auch Gneros sein. Im Hafen wird der Fisch zugehört, ich möcht auch Gneros sein. Der Käpt'n hat am Tisch bestimmt, ich möcht auch Gneros sein. Er glaubt, er hat ein Platz verdient, ich möcht auch Gneros sein. Ich möcht auch Gneros sein, ich möcht auch Gneros sein. Der Käpt'n hat die Panik gekriegt, ich möcht auch Gneros sein. Im Hafen wird der Fisch zugehört, ich möcht auch Gneros sein. Ich möcht auch Gneros sein. Ich möcht auch Gneros sein, ich möcht auch Gneros sein. Ich möcht auch Gneros sein. Ich meine, das ist sehr warm und wir brauchen Luft und wir wollen auch einen Beinachter oder so. Und vielleicht wird es dann verlaufen, aber das will ich mir dann immer mehr beinfußen, außer der Hüttenwirt schickt uns alle ein. Wer hat jetzt gottetliches Bierdring? Jetzt gottetlicher Bierdring. Das war so cool. Das war so cool. Wie knedelt es. Wie bin Kekker.